Herzlich willkommen zu Ihren SRK TV Nachrichten. Und das sind heute unsere Themen. Wie bewerten die Branchenverbände BDH auf Heizungsseite und die VDS auf Sanitärseite das Jahr 2020 mit seinen besonderen Herausforderungen? Und wie blickt man auf das Jahr 2021 mit der ersten digitalen ISH? So sprachen wir kurz vor Jahresende mit Hauptgeschäftsführer Andreas Lücke über die Stimmungslage der Mitglieder des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie und die Verbandsarbeit. Zunächst einmal hat der Verband nach außen gewirkt. Das betraf insbesondere die Umsetzung des Klimapakets der Bundesregierung und die am ersten ersten in Kraft getretene sehr attraktive Förderung. Und zum zweiten haben wir nach innen festgestellt, dass es einen enormen Informationsbedarf auch bei den vor allen Dingen kleinen, mittleren Mitgliedsunternehmen gab in Bezug auf Corona. Was ist mit der Marktentwicklung? Warum ist sie so, wie sie ist? Insofern war es keineswegs langweilig. Und ich glaube, wir haben erreicht, dass sowohl nach außen als auch nach innen der Verband sich stärker gezeigt hat als jemals zuvor. Das hätte ich an sich Anfang des Jahres so nicht gedacht. Aber es ist ein sehr hektisches und denke ich auch erfolgreiches Jahr gewesen. In diesem Jahr gab es eine Förderung für die energetische Modernisierung bis zu 45 Prozent. Wie bewerten die BDH-Mitglieder die Auswirkungen auf die verschiedenen Wärmeerzeuger? Es ist natürlich schon so, das Jahr hat uns überrascht. Wir haben nicht gedacht Anfang des Jahres, als die Corona-Krise ausbrach, dass der Markt in irgendeiner Weise dynamisch verlaufen würde. Aber er ist sehr dynamisch verlaufen. Es hatte zunächst einmal mit Corona selbst zu tun. Es gab eine gewisse Verschiebung von den Sanitärinvestitionen hin zu den Heizungsinvestitionen. Aber natürlich griff dann auch ab spätestens April, Mai die attraktive Förderung des Programms Heizen mit erneuerbaren Energien. Und so werden wir wohl in der Prognose bis Ende des Jahres etwa 9 Prozent Wachstum aufzeigen. Das betrifft alle effizienten Technologien. Also natürlich die Brennwerttechnik, die Gasbrennwerttechnik. Die Solarthermie hat wieder ein Revival. Wir haben ein sehr, sehr starkes Wachstum bei den Wärmepumpen mit über 30 Prozent und auch bei den Holzzentralheizungen mit weit über 180 Prozent. Insofern waren die Mitglieder zufrieden mit dem Marktverlauf. Sie waren, denke ich, auch zufrieden mit der politischen Entwicklung, die unser Thema ja doch sehr, sehr stark jetzt auch in den Fokus rückt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. In der vergangenen Woche hat die EU die weiteren Klimaziele beschlossen. Welchen Beitrag kann eine europäische Verbandsarbeit hier leisten? Wir hatten sehr viele digitale Meetings mit unseren Partnerorganisationen aus Italien, Frankreich, Spanien, aus UK, die nach wie vor auch bei uns im Verband mitarbeiten, im europäischen Verband. Und das Thema ist natürlich Green Deal. Und der Green Deal ist hochinteressant für uns, hat natürlich auch Risiken. Aber wir bezeichnen unsere Industrie auch deswegen als Green Deal Ready. Wir sind nicht das Problem, sondern wir haben die Lösungen, um die ambitionierten CO2-Minderungsziele von übrigens ja 55 Prozent mindestens auch umzusetzen. Die weitere Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges spiegelt sich aktuell in der Gründung einer neuen Fachabteilung innerhalb des BDHs wieder. Ja, bei uns steht zwar Heizungsindustrie drauf, aber tatsächlich sind die digitalen Technologien auch drin. Das ist wegweisend. Wir haben die Abteilung eingerichtet, Energiemanagementsysteme, weil die großen Vollsortimente, aber auch die mittleren und kleineren Unternehmen sich immer mehr befassen mit der Vernetzung, mit der Connectivity im Gebäude. Das ist besonders natürlich das Ein-, Zweifamilienhaus, in dem wir über die Vernetzung erreichen können, dass die Energieströme, also die Produktion, aber auch der Verbrauch optimiert werden. Man könnte auch sagen, wir haben ab sofort eine KI, eine künstliche Intelligenz im Gebäude und unsere Firmen sind voll mit diesem Thema befasst und daher braucht es diese Abteilung. Wir werden auch wahrscheinlich noch einige neue Mitglieder gewinnen können, die sich mit dem Thema befassen und die den BDH in dieser Frage auch als ihre Heimat dann ansehen. Ausblick auf 2021, der zunächst ja vor allem auf die ISH digital gerichtet sein dürfte. Zunächst einmal die Anmerkung, dass die Entscheidung im September richtig war, die Messe physisch nicht stattfinden zu lassen. War eine verantwortungsvolle Entscheidung der Messe Frankfurt, aber auch der Trägerschaft, zu der wir ja gehören. Was das digitale Format anbelangt der Messe, so wird es so sein, dass die Firmen eben natürlich Matchmaking digital machen werden, also auf einer Plattform, die die Messe Frankfurt zur Verfügung stellt. Wir nennen das auch den Kontaktor und wir werden im Technologie- und Energieforum genau das zeigen, was wir auch an sich auf der physischen Messe vorhatten, nämlich im Grunde genommen die Themen Green Fuels, Green Gases, was ist mit Wasserstoff auch für den Wärmemarkt und eben das Thema der Digitalisierung und auch das Energiemanagement-Thema von vorhin. Das wird in Form von Filmclips passieren, die wir produzieren, abdrehen übrigens auch in Studios in Frankfurt. Wir werden aber auch vier Live-Veranstaltungen machen, eine zum politischen Thema Green Deal Ready. Wir werden etwas machen zu den Green Gases, Green Fuels und dann eben auch zur Thematik Digitalisierung. Jens Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung der Deutschen Sanitärwirtschaft gab uns folgendes Interview zur aktuellen Situation rund um den Verband und die Aufgaben für das kommende Jahr. Herr Wischmann, nach der Mitgliederversammlung der VDS, was steht jetzt auf der Agenda für 2021? Ja, ganz oben natürlich die ISH 2021, die bekanntermaßen als Digitalformat stattfindet. Das stellt uns alle vor große Herausforderungen, ein Programm zu stricken, was es so interessant macht, sich während dieser Zeit einzuklicken. Wir sind mit dabei mit dem Trendforum Pop-up my bathroom. Das war ja bisher immer in der Saal Europa auch physisch aufgebaut. Aber wir hatten immer begleitend eine Webseite und auf dieser Webseite werden wir zusammen mit der Messe Frankfurt diese Trends auch zeigen, abbilden, in Wort und Bild sozusagen. Und wir hoffen damit, dass wir BAD-interessierte BAD-Planer, Designer, Handwerker, Architekten, Beteiligte in der Branche informieren können, inspirieren können über das Thema BAD-Trends, BAD-Entwicklungen. Wir werden als Motto haben Inside-Outside, also zeigen auch die besondere Bedeutung der Verbindung von vor der Wand, hinter der Wand. Ein Aspekt, der ja häufig bei diesem ganzen Design-Diskussion ein bisschen vergessen wird. Wir wollen zeigen, beides gehört zusammen. Wir beleuchten die Themen Smart Bathroom. Nichts ganz, nicht neu im Grunde genommen als Begriff, aber ich glaube, es hat sich eine ganze Menge getan. Gerade berührungslose Armaturen, auch durch die Corona-Zeit in den Vordergrund gekommen, neue Technologien gibt es dort. Das Thema Green Bathroom, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit, ein Dauerthema. Und es bleibt natürlich das Thema Homing, Cocooning, also Living Bathroom. Welche Trends vom Wohnbereich schwappen über in das BAD? Wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Was hat sich im Farbsektor getan? Das war ja vor zwei Jahren unser Thema. Also ich glaube, ein ganz spannendes Programm, was trotz der Einschränkungen weiter sehr gut präsentiert werden kann. Und jeder ist herzlich eingeladen, die Seiten der Messe Frankfurt und von PopUp Mal Bathroom zu besuchen. Und unabhängig von der ESH, wie geht es generell weiter mit der Grundarbeit der VDS? Ja, wichtigstes Signal, es geht weiter. Die Absage hat uns vor erhebliche finanzielle Probleme gestellt. Dank der Unterstützung aus der Branche, also an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, insbesondere Herstellerfirmen, die uns unterstützt haben, aber auch die sonstige Branche durch ihre Solidarität. Wir werden uns schwerpunktmäßig konzentrieren auf das Thema Endverbraucher PR. Wir werden natürlich auch Marktdaten und Branchendaten weiter aufbereiten. Aber der Projektumfang insgesamt muss leider reduziert werden. Vielleicht können wir nicht alles, was wir gerne machen wollen, auch machen. Aber wir wollen weiter an der Kommunikationsfront kämpfen, Flagge zeigen für das Bad vom Profi. Auch den Tag des Bades wird es weiter geben. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder von uns. Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.